Herzlich Willkommen euren Freunde zurück zu Jedi Fallen Order und mein wunderschönes Haar weht im Wind Das sieht ja lustig aus Ja, ja, dann, ne, so führe ich mich jeden Tag, die Haare nerven mich einfach, wenn sie runterfliegen Wenn sie runterfliegen So, im letzten Part haben wir Datumier fürs Erste abgeschlossen, weil wir nicht hoch springen können Und in diesem Part sind wir in Zeffo Und wir sind wohl in einem Hangar Gott, ich hab ein bisschen Angst Das sieht ja schon alles so, da mit ne Kiste Gucken wir mal, was hier drin ist Hey, was machst du da? Oh, es war also was drin Poncho, uh, neues Poncho Uh Cool, nehmen wir mit Nehmen wir mit So Hat jemand gesprochen Hallo Okay, komische Dinger Hat ja nicht gerade jemand gesprochen, aber ich weiß nicht wer Da ist ne Tür Wir können erstmal hier noch fertig erkunden Bevor ich da reingehe Was ist los? Scannst du wieder? Achso, dann scann mal Gut gemacht Dann, ja schön, dass du ne Lagerküste gescannt hast Dann gehen wir mal gucken, wer da gesprochen hat, oder? Oder waren wir das? Ne, die Tür ist auch verschlossen Okay Kurz gucken Aber Ich glaube Ach, da oben könnte man hoch Aber das würde Das würde gar nichts bringen Das würde ja überhaupt nichts bringen, da hoch Okay, okay Dann Gehen wir, glaube ich, mal den Weg entlang Den wir im letzten Part gesehen haben Und zwar hier oben her Und gehen wir mal gucken Loki, Loki machen, ne? Das sind auf jeden Fall schon die ersten Gegner Und die machen da so einen Sturmtruck da weg Werfen die mich an? Die sehen unfreundlich aus Aufpassen, BD Ja, ja, aber Aber das schaffst du schon Das schaffst du ganz gut Aua Oh Oh mein Gott Habt ihr das gesehen? Wie badass ich bin? Kommt ihr erst hier hoch? Da ist doch bestimmt zu, oder? Leck den Zahn zu, BD1 Da ist mit Sicherheit zu Ja Ich glaube, sie ist versiegelt Ja Hast recht Ich wusste es Ich wusste es So Ja gut Ich beginne hier erstmal Kleiner BD-chen Oh Ich habe jetzt nochmal einen Kampf Ah Boah Oh mein Gott Ey Müssen Müssen die mich so erschrecken hier Ist hier noch einer Oh Gott Ey Oh Ja, ja Scannen Ja, ja Scannen meinen Rücken Ein Skars Oh, Fähigkeiten Punkt Okay, cool Boah Boah Hierher zu hüpfen Ich stelle mir das cool vor Außer die Monster Ey, ich habe ein bisschen Angst Gott Wo bin ich hier denn gelandet? Äh Auf jeden Fall hier Okay Echo Wahrnehmen Können wir wieder Licht anmachen, bitte? Babywein Okay Boah, ich bekomme gerade Kleine Gänsehaut Mit diesem Stoff Ihr Kind warm gehalten Sie waren auf der Flucht Ja Ist so dunkel hier drin Aber ich Guck mal Wenn ich das so halte Ne Wird es nicht so hell Aber wenn ich Äh Verteidigung annehme Dann wird es total hell So, hier haben wir auf jeden Fall eine Kiste Ein Stimpfach Und zwar Hier Hey Kannst du mehr tragen? Danke, BD Ah, süß Süß, mir ist der rumspringt Stilenbehälter erhalten Stimmbehälter Ach, Stimmbehälter Okay Ich habe keine Ahnung, was Stimmblinge sind Äh Oh Gott Ich wollte kurz wissen Wie man Blockt wieder Ah, okay Okay, okay Wir gehen also wieder zurück Ja, ist auch sehr, sehr dunkel da drin Das Das kann ich verstehen Dass wir da wieder zurück gehen Ah, das haben wir Perfekt Dann Geht es glaube ich jetzt hier lang Äh Einfach nur Ja, aber Woher wissen sie jetzt, dass das Imperium hier war? Achso, wegen dem Babywein oder was? Andere Möglichkeit? Oh Gott, ich Habe mich kurz erschreckt hier Wegen diesen Wie, wie, wie nennt man das überhaupt? Gelände Gelände Kurz anschlagen Boah, ich habe hier Ich habe die ganze Zeit Schüsse in dem Spiel Das ist kein Horrorspiel Mann Warum gehst du so komisch? Achso, Abkürzung Oh Gott Oh Gott, ey Warte, ich Dann sollte ich glaube ich am besten speichern gehen, oder? Wenn wir eine Abkürzung freigeschaltet haben Dann gehe ich erstmal speichern Ansonsten müssen wir da hinten nochmal hin Hin und her Die Eltern außerdem haben wir einen Fähigkeitenpunkt erreicht Schade, dass wir hier so nicht, äh Laufen können Uh Guck mal Die Pflanze wächst schon Boah, das ging ja Flotti, flotti Das wünsche ich mir im Real Life auch so So Einmal Fähigkeiten bauen Hätte gerne diesen Angriff Dass man sein Lichtschwert durchschmeißen kann Das wäre cool Aber ich weiß nicht, ob es das gibt hier überhaupt Hätsel verlangsamen, kann Cole sein Ziel länger verlangsamen Okay Verstärktes Verlangsamen Was haben wir hier? Vor allem nach einem schnellen Ausweichmanöver Und Sprintheb Ne, ich will das verlangsamen haben Ich glaube ich möchte Gerne Ein bisschen mehr Macht nutzen Ja, ja Das ist echt lange Cool Sehr gut Dann X ausruhen einmal Ich finde das gut, dass das so schnell geht So, und dann geht's jetzt wieder raus hier In Zeitlupe natürlich Obwohl ich möchte eigentlich ganz gerne mal kurz hier nochmal Das macht das Schiff ein wenig heimisch Ja, cool Kalpi Okay, Kalpi ist das Sehr cool Ja gut, dann Gehen wir mal weiter, ne Gehen wir mal weiter hier herum Äh Oh Waren wir auch schon Oh Ach, da ist das Imperium Es ist am Boden Komm schon, auf ihn Gehen wir gegen mich? Tatsächlich, ja Tatsächlich, tatsächlich kämpfen die gegen mich Okay Weg Weg mit dir So Wie, wie Wie habe ich dieses Drehen gemacht? Kommt das automatisch? Weil ich liebe dieses Drehen Auch bei Avatar Der Element Lieb ich, dass da mit der Äh, als er da mit seinem Stab da Die ganze Zeit Attacken oder so Äh, abgedient hat Oh, ich kann nicht reden, Leute Zieht ja aus, als ob man hier hochklettern könnte Aber hier kann man Ne Vielleicht müssen wir auch hochklettern Oh, das sind nur mehr Verlassenes Dorf Meinst du die Sinne? Oh Gott Ich würde gerne was testen Okay, hier komme ich auch nicht hoch Schade, ich wäre da gerne drauf Okay, okay Ihr tötet die Und ich gehe in der Zeit Erstmal hier oben gucken Okay Greif ihn an Greif ihn an Oh Gott Die haben mich gesehen Die haben mich gesehen Oh Gott Oh Gott Ne, ne Ihr geht auch weg Weg mit dir Oh, hallo Ha Oh, nice Nice Okay Da testen wir jetzt mal Komm, schieß Oh Dreiergeschuss Gehst du auch noch? Headshot Okay Ne, du bist ja Grandios Oh, hier Kannst du wieder scannen Kannst du meinen Rücken scannen Ich danke dir Ein Scout Truppler Ah, okay Cool Okay, erstmal das Echo Okay Nimm sie und geh Ich locke sie weg Basta Nein Okay Sie sind getrennt Hey, konnte ich gerade nicht die Tür da öffnen? Habe ich mir jetzt eigentlich, ich glaube das habe ich reingewillt Okay Dann gehen wir erst mal das Dorf weiter Rein Oh Gott, ich bin echt ein bisschen aufgeregt So, was hast du hier Schönes? Irgendein Plakat? Das sind alles Lügen Das Imperium wollte nur das Land Boah, ist das cool in so einer Stadt jetzt mal herumzulaufen Oh Hier ist ja jemand Oh Gott, ey Mein Gott, ey Ich erschrecke mich aber auch die ganze Zeit, ne? Wenn hier irgendwo mal einer ist Oh Gott, was war das denn? Alter, ich höre hier die ganze Zeit Das ist fast wie ein Horrorspiel hier für mich Wirklich Ich komme nicht bis zum Ziel Kann ich hier hoch? Ah, hier Kann ich hoch Aha Hier ist Oh Gott, ey Ist da auf jeden Fall wieder ein Echo? Ah, nee Speicherpunkt Ah Speicherpunkt Okay Dann scheinen wir hier auf der richtigen Spur zu sein, ne? Puh Puh, 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 puh Also mit der neuen Waffe komme ich besser klar Ach, hier ist glaube ich die Abgritzung, oder? Ja, okay Okay, okay Da ist die Abgritzung Ist ja schon mal gut Dann sterben tue ich ja hier oft, ne? Wie man es kennt Okay, da hinten ist einer Hallo, siehst du mich? Nur du und ich abschaum Komm, du auch? Passt auf, wo ihr hinzielt Attackiere den Feind Ach, nein Da sind ja überall welche Okay, cool Die haben wir aber alle Schießt ihn runter Oh Gott Zeit verloren Er ist getroffen Ich werde auch alleine mit ihm fertig Ich sehe sie nicht schießen Okay, die schießen mich nicht an Entweder Ne, ich glaube da bringt es nichts Na gut Jemand muss gerichten, bevor er weg ist Den haben wir hier gut weggefustert Sehr gut gemacht Komm, komm Jetzt heißt es du Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Boah, ich bin so gut, Leute Ich bin so gut Oh, ich liebe die Waffe Die Waffe ist das Beste Okay, was haben wir hier schon Mit einem Skin Hast du was gefunden, BD1? Neue Lichtschmerzhöhse erhalten Oh, cool Oh, da hinten leuchtet noch ein Echo Da Kommen wir von da unten hin Batsch Boah Das kann ich den ganzen Tag machen Ja, okay Ich auch Äh Achso Hier geht es weiter Ne, warte Ne, warte Wir kümmern uns erstmal um den Kreis Sag, sag Ach Der hat ihn ja noch belebt Okay, ich dachte Ich hätte ihn gewonnen Hattet Durch den Sprungangriff Das müsste hier nämlich Einmal das Dorf hier komplett erkunden Was ist denn das? Gemp oder so? Tja Aha Die Brücke ist eingezogen Okay Wow Oder gibt es mehrere Wege hier hin zu kommen? Ich glaube schon Hier können wir glaube ich nochmal hoch Ne, können wir nicht Ja, auch nicht Oh, ich glaube Ne, ich glaube hoch kommen wir jetzt erstmal nicht mehr Okay Dann müssen wir weiter gehen Dann müssen wir weiter gehen So, einmal hier meditieren So, speichern Speichern Oh, ne Fähigkeiten Warum bringt gerade nichts? Ausholen Ja Der eine Typ ist respawn da Ne Ne Der steht da nicht Okay Wir Wir wieder hier vorsichtig rein Turbinanlage Turbinanlage Hm, entweder da lang oder links lang Da kommen wir glaube ich erstmal nicht hoch Oder? Ne Was haben wir hier? Hier könnten wir rüberspringen Das ist also mysteriös Hier Okay Dann gehen wir mal hier rüber Vorsichtig Na gut, vorsichtig Na ja So Rüberspringen Wir haben eine Kiste Jetzt haben wir hier ein schönes Zeug Komm wieder her Komm wieder her Oh, es war also was drin Nicht Schwertmaterial Nicht Schwertmaterial Okay, cool Oh Gott, ist das der richtige Weg? Ne, oder? Ja Wollte nicht nur den richtigen Weg gehen Okay Was ist das denn hier? Oh, Licht Uh Licht ist doch super Wie ist hier denn jetzt? Hat er mich gesehen? Ah ne, da ist ein Viech Warte, ich möchte da hinten bei der Höhle hin Bevor wir hier weiter gehen Denn Ich möchte Nicht, dass ich hier immer nochmal zurückkommen muss Also ich komme natürlich auch gerne wieder zurück Aber Muss ja nicht sein, wenn ich hier dann schon alles habe Ne So Zack Oh Gott Es war zu früh Ich habe einfach direkt A gedrückt Hätte ich nicht machen sollen Hier ist was Was? Okay Mein Freund Seit ich Bogano verlassen habe Habe ich mehr über die Sefu erfahren Als ich für möglich hielt Ah Okay, hier wird es wieder ein bisschen Gruseliger Das ist das andere Tor, oder? Ich glaube, sie ist versiegelt Okay Okay Okay, cool Gut Haben wir das ja auch schon mal hier hinter uns Ich weiß nicht, ob man hier da runterfallen kann, ne? Ich laufe da einfach Ich laufe da einfach drüber So 19 Minuten Na komm, dann machen wir noch ein bisschen Okay, da hinten sind Flaggen Die habe ich vorhin nicht gesehen Wie war da vorhin jemand? Hä? Oh Gott, ey Boah, diese Jumpscare-Viecher, ey Wo habt ihr denn die Leiche hingebracht? Das könnte ein Problem werden Oh 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 Ah, aua Sehr gut Ich muss gerne das Ding mal Sehr gut Okay Wieso kommt so eine Musik? Was sind das denn da hinten? Was sind das denn da hinten? Ich höre jetzt die Holo-Card, okay Okay Ah, okay Irgendwo dahin Okay Was machen die hier? Was machen die hier? Oh, ich habe Hunger Das reduziert die Qualität Hey, nein, ein Rängling Wir sollten ihn verfolgen Ah, oh Gott Raketen-Nerver Gehe rauf Gehe rauf Gehe rauf Gehe rauf Du kriegst Probleme Alle verwundeten Einheiten Gehe rauf Oh Gott Oh Gott Okay, ich möchte aber nochmal hin Ne, das kann man nicht rein, okay Gott, Leute, Leute Das war jetzt noch was Das war jetzt noch was Ja gut, Leute Dann Da würde ich gleich Da würde ich gleich rüber gucken Weil die Kamera ist sehr sehr hell Ne, deswegen Ist das Schönes Bild, ne? Ich glaube das Warte, vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen schön ein So 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 Perfekt Oh Caleb Ähm Du post da ja richtig, hä? Ähm Du post da ja richtig, hä?